Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich mal Karstikor spielen. Also ich habe es schon angefangen, dass es hier nicht ausfällt. Das Training und dadurch muss ich es sehen, dann ist es wirklich langweilig. Und ich habe schon eine Kultur, die werde ich im nächsten Video aufmachen, weil sie dann fertig ist. Und ja, für dieses Spiel, mein Spiel, weil es ist eigentlich gleich wie das Royale ist. Und ich hoffe, es kommt vielleicht gut. Aber noch ein paar Mal für dieses Video. Und ich zeige mal, mein Deck, weil ich ein Spiel nutze. Und das ist dieses Deck, die ich benutze. Das ist das. Nee, nee, dies. Ich bin ein Dumm. Auf jeden Fall, das sind alle Karten, die ich nicht mehr unten habe. Und wenn ihr ein gutes Sekt habt, dann sagst mir einfach. Dann kann ich es benutzen und kann eine höhere Rene erreichen. Ja, 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 ja. Und jetzt gehen wir raus hier. Und schlacht. Und nun ging Superman. Och, nö. So, ich weiß es dir. Und ich kriege nichts zurück. Ja, danke. Und da, okay. Danke für die goldene Mitte. Oh, das wird umfliehen. Oh, so, bin... Ich glaube, ich habe ja noch keine... Wow, wow, genius. Wie ist es? Hm, na... Ähm, na? Warte... Die Ungebrochenwege? ja die um die Füße der Stoffen und tut das war doch nicht so schwer ich hab keinen einzigen Schaden an mein Buch kommen und der krepiert auf der Form nicht zu kommen um mit schwerer und es wird es noch nur stuhr Euro auch gibt wenn er es vielleicht schon bemerkt habe ich mir nicht oft ein weiterer also ich nicht mit meinem iPad nach oben so im Handy die Diskus und so kann ich die einen Karten ist er bekämpfen lassen und noch einmal das gleiche hab ich verfehle von bauern würde das rum ich habe Probleme gerade ich kann nichts machen ich kann nichts machen oh Gott ich kann nichts machen so nah hier unten bin ich gerade ein wenig weg mit denen weg mit denen nein ich kann nichts machen ja ich konnte nichts machen der hat zu viel gesetzt oh Mann egal nächster Kampf oh nicht ein Chinese oder Japaner ich werde sterben bitte nicht nicht ach man diese Karte und das ist sofort diese Karte na geil nimm doch deine einige Karte in deinem Gesicht und dann setzt er noch diesen blöden Karte dieses blöde Karte voll ich schaffe das oh auch ich brauche nicht er wird das nicht die 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 so das muss ein schmutzung und jetzt ein gegenangriff und hier war er hat er hat das gleiche item aber trotzdem die kommen der kommt jetzt geben gebe ich eine heilung diese schinden das kann ich auch lange geben wenn wir die ganze zeiten und zeugen ich kann nichts dagegen machen gibt mir karten ja super das spiel gibt mir keine karten wie fest das denn so so ja jetzt kann er natürlich angreifen wenn dieses blöde spiel mir keine karten gibt ja karte ziehen ja ich habe verloren ja danke auch spiel ich konnte nichts machen was kann ich machen wenn dieses blöde spiel mir einfach keine karten gibt das ist komplett unfair kann ich nix gegen machen nächste kommt und wer so so zu dieser schritten na egal ich sage schon mal egal schon zu betrachten ach man ich wiederhole mich so 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 und ich würde tüßen und hallo hallo wow wow was ist das denn was ist das denn so noch einer wow wow wie wir uns gegenwärtig angegriffen und dann heilung so jetzt gibt es noch den anderen sein unterstützt er hat kein Schuss nur rein ja schon recht gewonnen diesmal hatte ich mehr Glück in den Runden davor ähm äh äh naja so ich mache noch ein paar und dann saß mit dem Video und wird man gut im Hintergrund der Spieler Spieler ein bisschen in seiner Spielecke ich bin abgeboren keine Verbindung zum Spiel wie geht genau möglich ja geil ach komm du will das Spiel bitte 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 ja so zu dir ja so zu dir ich bin einfach so tot ist mhm 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 ich hab ein wenig Problem gerade mit ich hab doch nicht hier ähm es funktioniert es funktioniert funktioniert nicht mein Problem Mann in der Mitte wird gerade zugedrängt ah verdammts so na 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 nein ich muss sie benutzen ah man ich kann wieder nix machen ja super was kann ich gegen diese Amelie tun ja hier ist doch das äh ich krieg nur Schrotz ja keine Chance keine Chance bis die was ich machen wollen kommt ich hab keinen Bock und wenn ich jetzt nicht gewinne und nicht mehr naja bitte ich will gewinnen ich kann mal richtig die so so macht die Wünsche aus. So schnell. Schau mal das in die Hand. So. Unternehmung. Bam. Und jetzt setz ich auch meine Bogen-Schütze rein. Bam. Du 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 du. Und jetzt setz ich hier unten auch einer ab. Zwei Seiten schon. Und Felina zurück und hier. Und noch oben. Ja das funktioniert gut. Hier heute mal den. Und dann. Und gewonnen. Ja das ging schnell. So dann. Das war's beim Video. Tschüss. 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 Tschüss.